Muss ich bei einer Jahresrente von 13.813 Euro und einem Grad der Behinderung von 50 Steuern zahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen, die lautet so ungefähr. Eben habe ich Ihre Seite entdeckt und bin ganz begeistert, herzlichen Dank, und habe Ihren Newsletter abonniert. Meine Frage, die ich hier durch an Sie richte, lautet, bei einer Jahresrente von 13.813 Euro und einem schwerbeschädigten Grad von 50% muss da Einkommenssteuer gezahlt werden. Ich bin Ihnen für eine Beantwortung meiner Frage im Voraus sehr dankbar. Meine Damen und Herren oder meine Fragestellerinnen, danke erstmal für Ihre Anfrage auf Rentenbescheid24.de. Leider ist eine pauschale Antwort in Ihrer Frage nicht möglich, weil unter anderem zwei wichtige Vorgaben, die einfach fehlen, unklar sind. Erstens, in welchem Jahr war der Beginn Ihrer Rente, davon abhängig die Höhe des Rentenfreibetrages, der gesetzlich für den Beginn des Jahres, in dem Sie Ihre Rente bekommen haben, gilt. Und handelt es sich bei der Angabe der Rentenhöhe, der Jahresrente um eine Brutto-Rente oder schon um eine Nettorente? Das weiß ich halt eben nicht. Gehen wir jetzt mal davon aus, es wäre tatsächlich die Brutto-Rente, also ohne Abzug von KV- und Pflegebeiträgen. Und diese hätte am 1. Januar 2022 begonnen. So würde unter Maßgabe des kostenfreien Steuerrechners von Smartsteuer, herzlichen Dank Smartsteuer, im Internet können Sie mal dort reingehen, keine Einkommenssteuer auf die Altersrente anfallen. Und zwar sogar ohne den Freibetrag für Ihre Behinderung. In dieser Berechnung hat der Steuerrechner für Rentner den Jahressteuerfreibetrag für 2022 errechnet und diesen dann von der Brutto-Rente abgezogen. Das habe ich auch in anderen Videos schon mal erklärt, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Dann wird von der Jahresbrutto-Rente noch der Kranken- und Pflegebeitrag, der Komplettbeitrag für das Jahr 2022 abgezogen. Und was dann übrig bleibt, meine Damen und Herren, dann kann man noch den Pauschbetrag abziehen und noch einen anderen Pauschbetrag abziehen. Und was dann übrig bleibt, meine Damen und Herren, das ist das zu versteuernde Renteneinkommen. Und das liegt in unserem Fall deutlich unter dem Grundfreibetrag, der für das Jahr 2022 gilt. Aber, meine Damen und Herren, wie ich schon eingangs sagte, da bestimmte Positionen in der Anfrage nicht ganz klar waren, ist das Ergebnis natürlich mit großer Vorsicht zu genießen, weil bei einem früheren Rentenbeginn etwaige Rentenerhöhungen mit 100% der Steuerpflicht unterliegen und keinen gesonderten Rentenfreibetrag haben, wie es bei dem ursprünglichen Beginn der Altersrente gesetzlich hervorgesehen ist. Ich kann also nur empfehlen, lassen Sie sich die Steuer von einem Lohnsteuerhilfeverein mal nachrechnen oder Sie kaufen sich für wirklich kleines Geld eine Rentensteuersoftware und rechnen selber nach oder Sie wenden sich einfach mal an einen Familienangehörigen oder an Freunde und bitten da um Hilfe. Ich bin mir sicher, da geht immer was, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, der besondere Pauschbetrag für den Grad der Behinderung 50 beträgt im Jahr 2022 1140 Euro. Ich finde, die Höhe dieses Pauschbetrages ist nicht zu verachten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.